Die Wunde, die die Aktienmärkte am letzten Donnerstag erlitten haben, die wird weiter wirken und es dauert Zeit, bis Wunden verheilen. Das weiß ich jetzt aus eigener Erfahrung und damit herzlich willkommen wieder mal im Bild. Der Quasimodo, der es heute gewagt hat, sich wieder vor der Kamera zu positionieren, es ist ein bisschen besser geworden, ein bisschen sehr deutlich besser geworden. Aber wir wollen uns heute um die Schaukelbörse kümmern, denn wir waren heute sehr, sehr schwach unterwegs, heute Vormittag ein richtiger Sell-off. Und dann kam eine Drehung rein und diese Drehung, die hatte wieder mal mit Florida zu tun, also mit einem US-Bundesstaat, der zuletzt sehr stark ansteigende Zahn des Coronavirus hat verkraften müssen. Jetzt heute, praktisch die Daten ja von gestern, vom Sonntag, die waren etwas niedriger und Bums ging es mit den Aktienmärkten nach oben. Schauen wir uns die Schose mal an, hier sehen wir die Cases, wie sie heute Morgen sich noch dargestellt hatten, also das waren die Zahlen vom Samstag. Hier sehen wir diesen maßgeblichen Spike nach oben und das war neben der Sorge um das, was in China wieder passiert, was in Peking passiert, der Grund für den morgendlichen Abverkauf. Aber dann kamen eben diese New Reported Cases und wir sehen, dass wir hier, wenn Sie das erkennen können, einen Rückgang haben. Wir sind zwar jetzt immer noch über den Daten vom Freitag, also es gibt mehr Fälle als am Freitag, aber eben weniger als am Samstag. Aber der entscheidende Punkt ist vielleicht, das haben die Märkte dann wieder nicht so offen gezeigt, dass die Daten vom Sonntag, die ja heute veröffentlicht wurden, in der Regel sehr, sehr niedrig sind. Also ob das wirklich hier die Erleichterung bringen wird, das sei mal dahingestellt eher unwahrscheinlich. Jedenfalls sehen wir, und das ist so ein Trend, dass offenkundig die Todeszahlen nicht weiter steigen, trotz der starken Zahlen der Infizierungen. Das heißt, wir haben wahrscheinlich eine Abschwächung der, naja, Ernsthaftigkeit, der Schlimmheit sozusagen dieses Virus. Das sehen wir auch in dieser Grafik, wo wir zwar sehen, dass die globalen Fälle weiter ansteigen. Wir hatten jetzt am Samstag, letzten Samstag, die höchste Zahl an Neuinfizierungen mit dem Coronavirus, seitdem das Problem besteht in gewisser Weise. Aber wir sehen eben in der unteren Grafik auch, dass die Mortalities, also die Sterblichkeit nicht stark, sondern tendenziell, naja, sich ausbalanciert auf etwas niedrigem Niveau. Und das gibt den Märkten ein bisschen Hoffnung. Hier sehen wir insgesamt die Situation, dass wir nach wie vor das Problem haben, vor allem in den südlichen Bundesstaaten, North Carolina, South Carolina, Arkansas, Texas vor allem, aber auch in Arizona, dass die Hospitalizations nach oben gehen. Es müssen also mehr Leute ins Krankenhaus. Es sterben nicht mehr Leute, aber es müssen relativ in diesen Regionen mindestens mehr Leute ins Krankenhaus. Und wir sehen, dass auch das Testing hier, die untere Grafik, dass das Testing nicht dazu nimmt, dass also nicht wahnsinnig viel mehr Tests gemacht werden, das stagniert auf hohem Niveau. Und das, obwohl es Donald gesagt hat, ja, wir testen doch so viel mehr. Our testing is so much bigger and more advanced. Also die Amerikaner sind schon wieder in Sachen Technologie und weit voraus. Das hat ein bisschen gebraucht, bis sie ein paar Tests durchführen können oder konnten. Aber jetzt haben sie es halt geschafft und jetzt sind sie natürlich aus dem Stand Weltmeister. Das ist so bei den Amerikanern, was die anfangen sofort Weltmeister. Wenn da ein Klub in der dritten Liga die Liga anführt, dann ist er Weltmeister. Das ist normal. Jedenfalls sagte er dann, ohne Tests würden die Zahlen ja viel weniger schlimm aussehen. Das sei also ein zweischneidiges Schwert. Und überhaupt sei man natürlich Weltmeister im Testen. Schauen wir uns aber mal diese Grafik an. Stimmt das überhaupt? Nein, stimmt nicht. Dänemark ist Weltmeister im Testen. Dann folgte Italien und dann kommt um und bei die USA. Man ist also schon relativ weit vorne, was die Tests betrifft. Aber eben nicht Weltmeister. Nur mal ein kleiner Faktencheck in Richtung Donald Trump. Und der hat ein bisschen ja Probleme liegen, denn nach neuesten Umfragen führt Biden mit 49,8%. Trump kommt hier nur auf 41,7%. Wenn man jetzt mal nach den Parteien fragt, dann würden auch die Demokraten relativ deutlich führen. 48,5%. Die Rubrikane nur 40,3%. Und Trump Job Approval deutlich zurückgegangen, 42,1%. Disapprove, also nicht einverstanden, 55,0%. Jetzt haben wir die Trump-Anhänger. Ja, jede Umfrage, in der wo der Trump nicht führt, ist per se Fake News. Und das stimmt natürlich. Es gibt keine Umfrage, die seriös ist, in der Trump nicht führt. Nein, das muss man ja auch einmal sagen. Das muss einmal gesagt werden, gell. Jetzt habe ich, das ist von einem Trump-Anhänger vielleicht, gell. Der ist ein bisschen, der hat sich aufgeregt über mich und dann BAMS. Nein, nein, ist ein Unfall gewesen, meine Damen und Herren. Ein Unfall, gell. Ein schwerwiegender, aber selbst beschuldet wenigstens. Man hat ja sonst nichts um Leben. Schauen wir uns mal weiter an die Grafiken. Jetzt die große Frage, hier mit den Zahlen in Westeuropa, die ja richtig runtergegangen sind, in Deutschland, wo auch immer. Aber wir sehen, dass Schweden zum Beispiel da noch weit vorne liegt. Wir haben hier Daily Change in Confirmed Cases verglichen. Schweden ganz oben und dann praktisch abgeebbt. Norwegen, Finnland, Dänemark, die eine völlig andere Politik gemacht haben. Ich habe mal ein Video gemacht mit dem Titel, wenn Schweden recht hat, dann haben wir alle Unrecht. Und umgekehrt, dann gab es viele Kommentare neben diesen superqualifizierten Kommentaren. Es gibt gar kein Coronavirus oder es ist nur ein normales Lippe-Virus. Was ringt es euch so auf? Dann gab es auch die Kommentare. Ja, natürlich hat Schweden recht. Das kann man doch gar nicht bezweifeln. Naja, ich habe gesagt, vielleicht lassen wir die Frage mal offen, gell. Das wäre vielleicht schlauer. Jedenfalls sehen wir, Schweden hat ein Problem. Aber dann kommen wir mal zu den Märkten, die ja heute diesen Swing gemacht haben. Hier sehen wir, es geht, wie Mohamed El-Erian sagt, es geht um Technik. Und jetzt sind eben die Retailer, also die Privatinvestoren, die sind all in. Die sind über Optionen drin. Die sind über Aktien, über das Fintech Robinhood drin. Und wir haben die Institutionellen, die weniger drin sind. Jetzt ist die Frage, wer bekommt Recht? Nach meiner Auffassung wollen die Institutionellen den Markt erstmal runterhaben, um die Privaten aus dem Markt rauszukriegen und erst dann einkaufen zu können. So würde ich die Dinge zumindest interpretieren. JP Morgan sieht das anders und sagt, ja, wir glauben nicht, dass wir sozusagen jetzt wieder breitflächige Lockdowns sehen werden. Insofern müsse man sagen, buy the tip, also kaufe den Rücksetzer. Wir sehen wahrscheinlich keine zweite Welle. Und solange das eben sich nicht ändere, müsse man den Rücksetzer kaufen. Schauen wir uns mal hier den Nasdaq an. Der hat natürlich diese Wunde am letzten Donnerstag bekommen und versucht sich jetzt zu erholen. Heute ging es ja dann nochmal runter. Dann die Florida-Zahlen, die haben das Ganze wieder ein bisschen gedreht. Wenn wir uns mal hier die europäischen Indizes anschauen, sehen wir, der DAX war schon 3% fast im Minus, die Franzosen auch, die Spanier, die Italiener, alle praktisch waren deutlich im Minus. Die Trainer haben es dann sogar ins Plus geschafft. Da kann man mal wieder sehen, der Trainer ist leistungsfähig, wenn es darauf ankommt, dann schließt er auch im Plus. Jedenfalls ist das eine ziemliche Schaukelbörse. Und wir haben abgesehen gesagt hier, das Schuldenproblem in Deutschland, wir werden wahrscheinlich eine Rekordverschuldung haben. Denn der Scholze, der hat ja schon gesagt, wir müssen also neue Anleihen imitieren. Und die anderen seien also doof und kaufen die für praktisch Nullzinsen oder Negativzinsen. Wer soll sich da nicht verschulden, wenn er praktisch dafür noch bezahlt wird. Das ist ja klar. Schauen wir uns noch was an oder bin ich schon fertig? Ich glaube, ich habe fertig. Dann schauen wir uns mal die Charts an. Und dann werde ich hier ganz elegant auf die andere Seite entweichen. In dem Memoriam Anja Kohl. Und wir sind beim DAX fast an der 12.000er Marke, den wir hier sehen. Und die Charts, meine Damen und Herren, ja, die sind immer noch von Capital.com. Also knapp die 12.000er Marke. Wir sehen hier beim S&P 500 diesen Move nach oben. Hier zunächst mal die Schwäche, die wir hatten. 2936, jetzt sind wir bei 3040. Das sind mal 100 Pünktchen. Das sind locker mal 3%, die der Index hier mal absolviert. Ähnliches Bild. Denn natürlich bei den anderen US-Indizes schauen wir uns mal. Gold am 1719 wenig bewegt. Heute hat sich ein bisschen gelangweilt. Wie die Märkte insgesamt auch 1,284 Euro Dollar. Und das amerikanische Q-Doll, das kann deutlich zulegen mit der gestiegenen Risikobereitschaft, die jetzt aktuell der Fall ist. Und ja, wir können noch weiter nach oben gehen an den Märkten. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt sozusagen diesen Mega-Bullenlauf wieder fortsetzen. A, weil Wunden etwas Zeit brauchen, um zu verheilen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass eben dieses Bedenkenfreie, die FED ist unser Freund und nichts kann passieren, das ist ein bisschen raus aus den Märkten. Ich hatte vorhin ja die Umfrage gezeigt, sehr zur Freude der Trump-Fans, die eben darauf hindeutet, dass es zumindest möglich ist, dass Donald Trump die Wahl verliert. Und das werden die Börsen irgendwann einpreisen, wenn die Aktienmärkte irgendwann einpreisen müssen. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass es volatil bleibt in nächster Zeit. So, jetzt will ich Sie nicht überstrapazieren mit diesem schrecklichen Anblick, sondern sage wunderbaren Feiern und wünsche Ihnen und ich sage Servus und Ciao und morgen wieder vor der Kamera, meine Damen und Herren. Ciao.